Der Kontostand an sich ist doch ein bisschen langweilig, oder? Es kann ja sein, ich habe geerbt oder Geld von Papi bekommen, wie man es immer so schön sagt. Deswegen zeige ich dir viel lieber, was bin ich mit meinen 23 in der Lage an Umsätze zu machen. Was kommt an Geld immer rein? 1090, 63 sind zum Beispiel am 31. Juli reingekommen. Wir haben es heute den 2. August, bedeutet vor zwei Tagen. Am 15. hatten wir 1907. Am 26. Juli waren es 817. Am 23. Juli 270. Am 18. 273. Am 17. nochmal 822. Am 3. hatten wir 538. Das war im Juli bisher ein Kontost, aber ich mache gerne mal weiter. Heute sind auf diesem Kontostand schon 150 gekommen. Hier 800. Dann haben wir hier einmal plus 325. Dann haben wir hier 257, 109. 289, 299, 159, 374, 159, 275, 274, 259, 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 259. Das funktioniert nicht mehr für mich, es funktioniert für so viele weitere, aber wenn man nur einmal im Monat Gehalt bekommen möchte, ist es natürlich auch vollkommen okay, jeder wie er will.